Hi, mein Name ist Yasmin, ich komme aus Südtirol, Italien und wow, das war eine mega Erfahrung hier. Ich hätte mir nie gedacht, dass es so intensiv ist, nicht nur für meinen Körper, aber auch für meinen Kopf. Das war unglaublich, was für eine Transformation ich hier erlebt habe. Ich nehme so viel mit von hier und ich bin unglaublich dankbar, dass ich diese Erfahrung haben konnte hier zum Hurna-Yoga. Wer interessiert ist an Yoga und wer diese Erfahrung in Indien machen würde, die würde ich auf jeden Fall verfehlen, in Indien zu kommen. Das ist das auf jeden Fall wert. Danke an alle Lehrer und alle Leute, die mir das ermöglicht haben.